Deswegen passen wir ja auf, dass da auch keine Übertragbarkeit aus anderen Bereichen stattfinden soll, hoffentlich jedenfalls. Dann wird sich die Frage eh nach Impferfolgen neu stellen. Deswegen werden wir ja auch ganz definitiv nicht nur einmal impfen müssen. Ich glaube, wir sind uns ja alle einig, dass der Prozess des Impfens länger gehen muss, mehrfach gehen muss, auch mehrere Jahre gehen muss, um tatsächlich einen Impferfolg zu haben. Also keiner darf jetzt glauben, zweimal gepixt und das war es schon. Das wird Alltag der nächsten Jahre werden. Aber es ist, wie Herr Hüther auch vorhin angesprochen hat, die einzig echte Strategie, damit umzugehen. Und so viel gewinnen wir, glaube ich, aber trotzdem Stück für Stück Freiheit zurück. Aber es macht eben Sinn, dass mit Vorsicht...